Geil, aber Alles, was da abgeht auf der Bahn, unglaublich, was da in der ersten Kurve sich abgespielt hat, hauptnahe Kämpfe, zweimal Positionswechsel, das ist etwas, was wir spielen, wir werden auch sehen. Ja, ein bisschen aus Dackel gezogen, das fällt, ich glaube auch der Regen, die Feuchtigkeit reflektiert auf den Scheiben, dann hat der Fahrer natürlich auch ein leichtes Sichtproblem durch das Fluchtlicht. Die ganzen Wasserperlen reflektieren sich auf der Scheibe und das ist für den einen oder anderen Fahrer dann fast nicht mehr auszumachen, wo ist sie auch privat und wo ist sie gehen. Aber hier ganz sichere drei Punkte, das ist ja wohl unglaublich.